Hey, meine Raha Borken, die letzte Lucky Block Episode mit Bad Wars. Sehr, sehr gut angekommen bei euch. Wir machen heute einen weiteren Special Time, und zwar mit Dr. Noob. Leute, guckt mal, wen wir hier zu Besuch haben. Der sieht, äh, der sieht, äh, ein bisschen grimmig aus. Wir haben, ähm, ein Skyblock Battle. Und zwar verkauft Dr. Noob für 16 Cobblestone den brandneuen Order Rim Lucky Block. Ich glaube, das ist gar nicht sein richtiger Name. Aber der hat sehr, sehr krasse Drops mit Laserschwertern und, und, und Yoda-Rüstung und so Kram. Das ist ziemlich heftig auf jeden Fall. Wir haben dazu natürlich das klassische Skyblock Equipment. Und können auch upgraden auf den Block Breaker, den ihr als Stammzuschauer schon kennen solltet. Da können wir automatisch Blöcke breaken. Das ist das Crafting-Rezept, ähm, jo. Man hat verloren, wenn man, äh, broke ist. Das heißt, wenn der Cobblgenerator kaputt ist und man keinen neuen mehr bauen kann. Und mit dabei ist natürlich die aller echte Dr. Elinski. Hello. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir an deinem heutigen Tage? Ich habe heute nämlich Geburtstag. Also, wenn ihr das Video seht, ist ja schon rum. Also, jetzt braucht ihr auch nicht mehr gratulieren. Aber liken könnt ihr trotzdem. Und es geht wieder los. So, mit dabei sind Robbe, Robinho und Sophia, die auf ihrer eigenen Insel rumchillt. Ich würde sagen, wir legen los auf die Plätze. Fertig. Als erstes müssen wir einen Cobblgenerator machen. Wir werden genau beobachten, wer das von den Leuten nicht hinkriegen wird. Ey, ohne Witz. Ich habe eigentlich Bock zu warten und einfach mal zu chillen, wer das hinkriegt. Ich kriege das safe hin. Okay, warte. Wir bauen erst mal das Holz ab. Das ist nämlich eine weitere Sache, liebe. Ja, du hast da, du brauchst ja schon mal ganz verrückt, was ich da sehe, Lina. Wir brauchen auch eigentlich einen Setzling. Funktioniert. Boom, beim ersten Mal. Ohne Witz. Okay, wir gucken. Okay, die Ahnung. Du bist die Schnellste, Alter. Das ist... Hoch. Hoch, wie konnte das denn passieren? Ja, guck mal. Hä? Ja, was denn? Hä, es wird wieder zu Eis, oder was? Äh, das auch, aber meine Lava... Also, warte. Ja, irgendwas haut da aber nicht hin. Hä, gucke mal. Was warst du da, ey? Keine Ahnung. Was wird wieder zu Eis? Was ist denn das für ein Biom, Alter? Da sind wir hier in High Mountains, oder was? Sind wir hier in Kitzbühel im Skiurlaub. Drei Mal auf Holz geklappt. Da werden die ersten Tools geklappt. Ich hoffe, sie hat gecheckt, dass sie eine Eisenspitzhacke hintergestart, weil sonst ist hier sehr viel Holz verwastet. Wir gucken mal. Ich verstehe nicht. Was ist denn los? Mein Cobble Generator ist jetzt keine... Da war ein Setz! Hä, mein Cobble Generator haut hin, aber eigentlich... Ja, dann ist doch gut. Ja, aber das ist irgendwie seltsam. Das ist... Okay, Wasser zwei, Leute. Das heißt, hier muss eins runter. Perfekto. Hier entsteht dann der Cobble Renewal. Den können wir schon mal abbauen. Perfekt. Und hier kommt Lava hin. Bum, 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 bum. So macht das der Profi. Okay, wie machen wir jetzt? Wir rabeln ein bisschen Erde. Das heißt, wir tun hier mal Erde hin. Hier bauen wir ab. Perfekt. Hier hin. Ich will ja nicht... Ach, Leute! Keep Inventory ist nämlich deaktiviert. Das heißt, wenn wir runterfallen, verlieren wir alles. Wirklich alles. So, was brauchen wir jetzt? Drei, sechs, sieben Bruchsteine. Wir beginnen mit sieben Bruchsteine. Man kann natürlich jetzt auch die... Warte, warte mal. Ich war noch einen ganz klugen Trick. Ah, dann kann das nämlich nicht so leicht verbrennen. Okay, es ist direkt nochmal verbrannt. Also, bei mir klappt es. Bei mir wird es auch nicht zu Eis, Elina. Bei mir klappt es auch. Aber ich war nur ein bisschen verwirrt, weil auf einmal das Kommission woanders war. So in Afrika einfach. Einfach in Afrika gesporen. Aber es funktioniert trotzdem. So wie meine mathematischen Rechnungen. Spaß, die funktionieren nicht. So, bam. Achso, wir bauen eine Werkbank. Okay, CC ist klar. Dann hast du das raus. Oh mein Gott, ich habe einen Major-Vorteil. Aber ich verrate Ihnen nicht. Hey, warum? Was habt ihr denn auf dem Holz? Boah, ich sollte ja die Sachen nicht in meinem Inventar tragen. Nee, in der Kiste am besten. Also, Kiste können natürlich die anderen Spieler auch klauen. Aber jetzt das ganze Holz dazu lassen. Klar, aber ich kann nicht runterfallen. So, wenn die irgendwie so einen Block haben, wo ich dann runtergeschossen werde, dann ist Ende im Gelände. Ah, verdammt. Das Rezept geht nicht. Okay, wir müssen die Eisenspitzhacke kurz austauschen. Wir haben jetzt alle eine weitere Spitzhacke bekommen, damit wir das craften. Ja, was machst du? Mein Cobblestone-Generator nervt ein bisschen mit seinen Eisdingern. Ich weiß, du bist auch zu Eis geworden. Okay. Das ist super nervig, passt auf. Passt auf, wir müssen jetzt... Ey! Happy Booth, ey. Mann. War wirklich ein sehr, sehr lieber Anruf. Ich habe wohl gesehen, wer das ist. Aber jetzt muss ich gerade ganz... So. Booth. Booth. Verdammt. Wieso bleibt der so platziert? Das ist doch scheiße. Wie platziere ich denn den jetzt? Ja, wow. Drunter oder was? Okay, wir machen drunter. Hä? Jetzt ist aber hier ganz wild, ey. Warte mal. Der muss jetzt so. So wahrscheinlich, oder? Aha! Nein! Aha! Ich habe einen Cobblestone. Ich habe einen Cobblgenerator. Ich habe einen Cobblgenerator. Cobbl, Cobbl. Alter, es ist so smooth. Ich habe auch schon einen Cobblgenerator, Ben. Ja, aber ich habe einen automatischen. Ja, gut. Ja, da bist du ruhig, ne? Full automatisch, Alter. Ich muss einfach hier stehen und chill mir einen ab. Okay, die Hälfte verbrennt. Aber mein Gott. Es ist halt nun mal so, wie es ist, ne? So, können wir jetzt genug für ein, weil packen wir ja genug in die Kiste. Ey, wenn die aber die Kiste gelöscht wird, dann ist man halt auch wirklich komplett am Arsch. Ja, stimmt. Ich habe den ersten Lucky Block, den allerersten. Ich mache mir am besten. Nee, ich habe schon zwei. Drei. Ich habe drei Lucky Blocke schon geöffnet. Boah, Alter. Ich benutze den alten Lucky Block King Trick, den Chris damals erfunden hat. Den Nature Boy. Brauchen wir hier außen so eine Plattform, Alter. Weißt? Ja? Weil, wenn ich die auf meiner Insel plante, dann kann ja alles passieren. Oh, das war doch, habe ich doch, habe ich doch hier genau. Hat dir wer geschossen, oder was? Ah, nee, automatische Spring gibt es ja in der Version noch gar nicht. Hey, das war gerade voll automatischer Spring-Style. So, erster Block. Wir haben eine Angel bekommen. Warte mal, man kann doch. Hallo, weg hier, bitte. Oh, du hast so Lacken, es ist wirklich ein Block. Oh, die Inseln sind zu weit auseinander. Okay, das klappt leider nicht. So, 18 Blöcke, 19. Wir kaufen einen weiteren Lucky Block und aktivieren den auch. Und wir haben eine Hose. Eine Sith Legend. Äh, Legends. Legends. Sith. Okay, das heißt, eine, zwei. Ah, okay. Ist schon mal nicht verkehrt. Wir machen weiter. Warten auf mehr Cobblestones. Wir sollten uns auch mal am Essen kümmern. Warte, ich mache doch auch Essen in der Kiste, oder? Äh, ja. Okay, wir kümmern uns um Essen ganz kurz. Wie machen wir das? Hm. Naja, am klügsten wäre jetzt hier natürlich, das alles mit Cobbl auszutauschen, ne? Das machen wir auch. Puh. Oh mein Gott, das klang ja mehr als gestört. Scheiße, ich habe richtig viel. Ich habe alles zum Essen verloren. Oh mein Gott. Okay, Holz habe ich zum Glück nicht komplett reingejokt, aber nein, Mann. Ich habe alles zum Essen verloren. Elina, gibst du mir die Hälfte? Essen? Oder wir hoffen, dass... Was für Essen? Ich habe gar kein Essen. Du hast das Seeds, du doodle renewal, ja. Ah ja, das habe ich. Oh, das ob da jetzt nichts rauskam, Mann. Ich habe das voll fett investiert. Wir müssen schnell angreifen, denn ich habe hier wirklich ein Problem. Weil sobald ich Hunger kriegen werde, ähm, kann ich, äh, ja, dann habe ich ein Problem. Wobei, naja, geht. Ich kann mich ja immer runterstürzen, wenn ich ein bisschen Hunger habe, dann passt das ja auch, aber. Let's go. Bump. Suicide-Stim. Ich habe... Stim sind so mäßig so Packs, die du dir so quasi als Spritze reinschallest und dann... Entschuldigung. Corona. Und dann wirst du halt so richtig... Und dann wirst du halt so richtig, äh, dann kriegst du Power, Alter. Dann wirst du heftig. Gesundheit, Elina. Danke übrigens. Das war natürlich nur ein Joke. Nicht, dass jetzt wirklich Leute denken, dass Corona... Ach. So. Ähm, wir haben genug. Bam, bam, bam. Wir bauen ab. Oh, was ist das? Sif-Trooper. Meine Hose ist ja auch weg. Scheiße. Oh nein. Das ist echt ärgerlich. Sif-Trooper-Helm. Mann, das hat sogar Eide 2 gegeben. Weißt du, wie OP Eide 2 ist? Okay, wir stecken auch mal hier die Hälfte in die Kiste, weil man weiß... Ey, man kann ja mehrere Kobbelgenerators bauen. Oh, ich bin da auf eine ganz verrückte Idee gekommen. Kann man nicht, weil der in den Spitzhack schon benutzt ist. Scheiße. Ja, okay, automatische vielleicht nicht. Aber so einen automatischen Ein- und zum Selbstbauen wird es schon gehen. Aber weißt du, wie man auch einen zweiten kriegt? Indem man einfach einen anderen Spieler tötet. Ja, stimmt. Aber ich bitte nicht. Das wäre sehr nett. Danke, danke. Und jetzt, ich glaube, ich greife jetzt hier. Wailers Glove. Das ist eine Waffe. Ich habe eine Waffe, Elina. Die habe ich auch. Die habe ich auch. Die gibt Wither und Leviathan. Das heißt, die Leute fliegen und haben einen scheiß Effekt. Was doppelt gemoppelt ziemlich geil ist. Ich warte jetzt auf Steine. Greife ich an. Warum soll man jetzt so groß warten? Hat denn überhaupt einer? Ja, Robin hat auch automatisch gebaut. Sophia auch. Elina auch. Ich bin voll überrascht. Ich dachte, ich war der Einzige. Okay. Wir machen weiter, Leute. Kaufen jetzt hier noch zwei weitere. Und dann greifen wir an, würde ich sagen. Alright. Boom. Nice, Alter. Ich habe 27 Steine. Das ist voll gut. Wir testen. Oh mein Gott, Alter. Du hast mich ja so weggefetzt. Ja, weil es ist eh auf deiner Insel alles, oder? Nein, es ist nichts auf meiner Insel gelandet jetzt. Ohne Witz. Weißt du was? Ich hatte zwei Waffen. Ich hatte zwei Waffen. Und weißt du was? Ich sage es nicht. Wasser ist nass. Was war dein Geheimtrick, oder was? Ja, das war so meine Geheim... Erzähl. Oh, jetzt sterbe ich. Jetzt wär's seetote, die da siehst du mal so. Oh Mann. Hey, was ist deine Geheimt, sagt dir jetzt immer? Das Problem ist, ob ich jetzt keine Spitzhacke mehr habe. Du kannst doch eine craften. Ach ja. Ach nein, kann ich auch... Ach doch. Du hast doch Knochenmehl, Setzlinge, ist doch alles da. Ja, 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 ja. Weil ich ziehe die ganze Zeit auf Robin, Alter. Ich schieße aber seinen Händler ab. Nee, das funktioniert nicht. Die haben irgendwie 20 Millionen P. Okay, wir greifen Robin an, Alter. Ich hoffe, dass ich der Einzige bin, der einen Bogen hat. Ansonsten isst sie mir scheiße, sage ich mal. Mann, ich hatte zwei Waffen, ohne Witz. Und weil ich einfach nicht meine Waffen in die Hand genommen habe, weil ich zu langsam war. Ach, reflektiert die irgendwas? Ah, du hast ein Laserschwert, was irgendwas reflektieren kann. Safe, ne? Ich? Ja, 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 ja. Also jetzt nicht mehr, Alter. Nein, sowas habe ich auch nicht. Oh, der hat Eisen hier. Das ist tatsächlich... Ja, Robin, das war nicht sehr klug, ob ich das alles wegfetzt. Wir greifen an! Ach, ich habe ja auch keine Rüstung. Eieieiei. Ich habe noch nicht mal Blöcke zum Rüberbauen. Rüberbauen. Wir müssen Robin schnell... Nein, ich sterbe. Ah! Oh, das war überhaupt nicht laut. Ja, okay. Das mit dem Angriff müssen wir viel... Also wir haben ihn ganz gut gekillt, denke ich mal. Ganz gut Damage gemacht. Aber wir haben leider auch absolut alles. Ich habe das Stim gar nicht benutzt. Ich bin so dumm. Gar nicht dran gedacht. Dumm. Okay, wir machen direkt wieder Angriff, Leute. Wir rüsten ganz kurz aus. Dann direkt wieder Angriff. Wir dürfen ihn nicht regenerieren lassen. Wir haben einen Bogen. Und einen Helm. Nice. Bogen ist auch gut, weil wir haben hier noch Pfeile. Nehmen wir die Hälfte mit. Wir haben nämlich Stärke 5. Damit kriegen... Ich habe ja keine Spitzhacke mehr. Ich klaue ihm die Lava. Easy. Ich klaue ihm die Lava. Das ist meine Mission. Let's go. Aber wie willst du ihm die Lava klauen? Ja, mit einem Eimer. Ich habe ja einen leeren Eimer. Hä? Oh, what? Wie OP. Hä? Ist das ja überlebt, Alter? Nice. Okay, ich habe ihn. Nochmal. Mein Dr. Noob ist nicht. Tschau, Elina. Tschüss. Man! Wir haben uns gegenseitig gekillt. Das ist schwer einzukillen. Ohne Witz. Ich habe schon wieder nicht mein Stim benutzt. Ob ich eigentlich dumm bin, habe ich mich auch gefragt hier. Locker ist das voll OP. Oh shit. Ich habe schon wieder einen Blaster. Ich benutze jetzt mal einen. Das ist verfahren. Mal gucken, was das kann. Wir nehmen Stim. Ach, deswegen heißt es Suizid Skin, weil es einen selbst töte. Das ist ja geil. Aber ich habe alles noch behalten. Okay, das heißt, dieses Item ist völlig sinnlos. Dann bräuchte er was, dass es einen No-Knockback gibt. Das ist halt OP. Ein Knockback ist tatsächlich im... Okay, dann hast du ja zwei Blaster guns. Leas Blaster und Powys Blaster. Safe falsch ausgesprochen. Die Leute triggern jetzt absolut rein. Yelena, du kannst sie schnell schlechst runter. Nice. Aber ein bisschen zu langsam. Ich glaube, sie hat Sachen geklaut, oder? Ja, ja, ja. Einen Labereimer hat sie mitgenommen. Jetzt müssen sie schneller sein müssen. Die bringe ich jetzt um, Alter. Die bringe ich jetzt um. Spaß kann ich nicht hören. Echt nicht? Oh, ich habe ein Laserschwert. Ich habe zwei Laserschwerter, die sichere ich safe direkt. Ich habe drei gehabt, Alter. Ja, immer einmal mehr labert er nicht. Alter, die hat ein paar Schwerter. Kylo Ren und Mace Windu. Windu. Windu, einfach Fenster. Lass sie jetzt wegen mir, oder was? Ich habe so viele Waffen, Alter. Oh, habe ich sie runter... Ah, ich habe sie gar nicht runtergeschlagen. Ich habe fünf Waffen jetzt, Alter. Wenn ich jetzt nicht Robin kille, dann werde ich sie schaffen. Ich habe sogar ein Ender-Auge. Lass erst mal Ender-Drachen killen. Let's go. Ich mache einfach die Nerv-Taktik. Ja, jetzt ohne Witz. Non-Stop-Action machen. Das ist, glaube ich, gut. Denke ich auch. Ich greife an. Alter, runtergefetzt. Alter, die hat Dias. Die hat Dias. Ich klaue hier einfach an. Nice, wichtig. Okay, er hat mich gekillt, aber ich habe beide Labe-Eimer mitgenommen. Ich habe hier alle Dias geklaut. Ja, Dias bringt ja gar nichts. Ah, doch Dias-Rüstung. Ah, ja. Okay, das war gut. Wir haben jetzt Robin, glaube ich, ganz gut am Start. Sieh doch einmal bei mir. Wir machen jetzt viel Stress. Nächstes. Nächstes Schwert. Wir greifen wieder an. Er hat jetzt, glaube ich, nichts mehr. Nice, wichtig. Shit, 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 shit. Das ist ein hartes Battle hier gerade. Sein Lava ist weg. Gut. Okay, okay, okay. Ja, wir haben beide. Es war gut, es war gut. Wir haben beide, wir haben seine Lava komplett gelöscht. Sie will einfach meine Kiste abbauen, aber ich klaue die Kiste. Nee, Kiste. Jetzt geht die Taktik wieder los, Alter. Das hast du bei mir immer gemacht. Wenn ich bei dir angegriffen habe, hast du einfach... Bist du einfach weggerannt und bist zu mir gerannt. Boah, sie hat ihren Generator gesaved. Aber ich weiß nicht, wo sie ihre Lava hat. Hat sie eine geheime Kiste gehabt? Okay, ich habe Robin, ich habe Robin. Er hat keinen Income mehr. Vielleicht hat sie eine Incoming. Hey, nein, nicht Incoming. Income. Ja, sorry. So, Robin ist raus. Nice, 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 nice. So, unser Income steht hier noch nach wie vor. Das war halt wirklich OP, dass ich da diese vier Wachen... Mein Income steht gar nicht mehr. Lol, ich bin raus. Du hast auch keinen Income mehr? Nein, ich kann mir keinen... Ich habe keinen Baum mehr. Ich kann mir einen... Du hast nur keine Setzlinge gesaved. Ey, du bist aber nicht raus. Du bist ja bei mir noch. Ach nee, stimmt, du bist raus. Ich verstehe meine eigenen Regeln, aber auch nicht. So, ist bei dir noch... Ei, oh. Bei mir ist nichts mehr zu bauen. Also, ich habe noch Lava und Eisblöcke, aber bringt dir glaube ich eher nichts. Ach so, du kannst aber nichts mehr abbauen. Ah, okay. Dann hast du natürlich doof gelaufen. Oh, jetzt kann ich mich gut ranschmeißen. Ich mache Go, Idina. Was soll's? Ich schaff das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, mega 200... Was ist das? Ja, oder? Aber es war nicht schlecht, der Truck. Oh mein Gott, sie hat Geheimkisten. Als ob sie jetzt so schwitzt. Sie schwitzt aber heftig. Oh, oh, oh. Ja gut, der war der Kill, der hat ja nichts gebraucht. Der hat ja nichts. Okay, okay, okay. Sieht schlecht aus für uns, das sage ich ganz ehrlich. Enderpearl Go war stark, aber auch schwach. Ihr versteht. Hat stark angefangen, aber stark auch nachgelassen. Lol. Das war meine Psychologie, Alter. Oh, oh. Oh nein. Als ob die da Range hat. Scheiße, jetzt bin ich, glaube ich, tot. Weil ich habe meine nicht zugebaut. Ja, meine, da ist weg. Hat sie das auch aus der Kiste genommen? Ja, jetzt ist sie da drin. Was soll ich machen, Alter? Oh, hä, wie ging das denn? Hat sie meine Lava? Bin ich tot? Alles gut? Nee, ich habe es noch, ich habe es noch. Alles gut. Alles noch da. Äh, Spitzhacke. Wir können Kabelgenerator wieder anstandsetzen. Dazu brauchen wir nur... Ah! Ja, sonst bin ich schon wieder... Ja, jetzt habe ich verloren. Meinst du, so schnell ging das aber nicht. Das ist illegal. Oh, oh, oh. Hat sie meine Lava? Sie hat die ganze Kiste abgebaut. Ja, okay, GG. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr einen zweiten Part sehen wollt. Abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss.